Ja, auch keine Ahnung. Da! Abs! Voll die Battle-Nacht, Alter. Naja, ist der Blatt-Mut. Lass mal wieder ein paar Zombies ansammeln. Mach dich zu, zu! Oh, jetzt hab ich nen Shackle. Wohl, dann kann ich ja auch anziehen. Warten wir mal ein kleines bisschen. Ja. Ah! Wieso? Ne, ne, die, äh, wenn dahinter nix ist, könnt ihr die Türen anreißen. Beziehungsweise die Türen öffnen. Könnt ihr aber nur bei Datten munnen. Rechts sind ja auch ganz schön viele. Nein, nein, aber rechts geht das noch, weil da die Truhe hinter ist. Deswegen könnt ihr die nicht die Tür öffnen. Ich bin auch dahinter jetzt auch nen Lok setzen hier. Ich glaub, so nen Spinnenwebe würde sogar auch reichen. Oder? Weiß ich nicht mehr noch. Wollte ich mal austesten. Oh, oh! Okay, hat nicht so was. Oh, da kommt wieder sowas n bisschen. Oh ja. Lass mal ansammeln. Lass mal demnächst mal das Haus hier verschönern. Die Bruchbude hier. So, ein Stein vorgesetzt. Jetzt können die hundertprozentig mal einsteigen. Oder so. Jaaaa! Oh, da kommt wieder so ne Herde. Oh ja. Da. Da war's noch da. Und... Achtung! Tür auf! Oh fuck! Oh fuck! Eeeeeeeeh! Boah! Schuriken durchschmeißen! Ehehehe! Lams! Ah! Habt ihr schon... Ah ja, ich hab ne Piggy Bang. Ah ja. Da hab ich auch schon mein ganzes Geld drinne. Oh ja, machen wir Hammer Time hier. Naja, das failed jetzt. Jep, das failed. Wieso es failed? Was? Ich stell mal kurz meine... meine Steuerung um. Hehehe. Was ist denn... Ah, hier. Na komm. Na komm. Ach so ja. So. Oh oh. Drück. Drück. Da, da, da. Okay. Ah! Habt ihr eigentlich ein Bett? Ne, noch nicht. Ah! Ja! Ich hole nur die Metzeln nach. Ja, extrem. Ah, das hört gleich auch auf. Hört gleich auch auf. Boah, 26 Schaden. Hör ich auch noch ne Linse. Ach, wo Linse? Wir können ja gleich mal... Ah, das Kundenstern. Wir müssen sowieso gleich mal wieder in die Dings reingehen. In die... So schnell. In den Dschungel. Da. Agel komm mal grüne Party. In... Ah, genau. Das hab ich jetzt noch gefehlt. Das hab' ich jetzt noch gefehlt. Hehehe. Wer hat alles Land... Wer hat alles Linsen? 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 Oh ja... Eine Linse brauch' ich noch. Hat irgendjemand noch eine Linse? Ja. Oh, sauber. Geh mal her. Ja, vier. Ah, nein, das war falsch. Koma vermischen an dir bekommen. Kriegst du noch eine? Jetzt spawnen wir einen End-Boss oder was? Äh, dafür muss ich aber ganz kurz nochmal in den Dschungel gehen, weil wir müssen zu diesen komischen Liedern in den Altaren, die du mal unter der Erde gefunden hast. Ich weiß, dass jetzt gerade da einer ist. Ich weiß nicht genau. Egal, aufhinter. Daniel? Ja? Komm mal zu mir. Wegen was denn? Ich gebe dir mal was. Was? Was? Guck mal das. Höh? Nein, das. Höh? Das da. Das legst du unten in dein Inventar rein. Höh? Höh? In dein Inventar legst du das rein. Höh? Wie komm ich weg hier? Ich komm nicht weg hier. Ich erklärt hast dir. Leg das mal irgendwo in dein Inventar rein und dann kannst du das mit E verwenden. Dann kannst du dich hier so an deinem Haus hochziehen. So. Höh? Okay. Ja, das hat auch ne gewisse Reichweite. Höhöh. Schnittlapport vom Monster oder was so ne Art. Da kannst du damit auch in der Miene an der Decke hängen und so'n Scheiß. Höh? Ich wollte gerade noch irgendwas machen, was war denn das? Wollen wir jetzt nicht zu Kuchen? Was war das denn? Ich will nur einmal kurz zum Altar gehen. Was wollte ich machen? Ah genau, ich wollte mir so einen Hammer bauen. Aber nicht aus Holz. Okay, das Ding ist irgendwie krank. Das Ding. Ach, meinst du Grappling Hook da oder was? Grappling Hook. Ja, falsch, Taste. Ah, hier ist ein Garant. Ja, Nico. So bewegt man sich aber nicht vor, Adai. Oh. Okay. Ach du heilige Scheiße. Oh nein, Piranhas. Das ist nicht wenig. Taktisch. Nein. Ja, schön, Ruhe. Oh Gott. Weitlaufen hier, ey. Alter, 38 Schaden habe ich gerade gemacht. Wegen Crit. Wo ist das so weit weg, ey? Ich bin gerade im Dschungel. Dschungel, ne Dschungel. Nein. Dschungel-Sleim. Was ist? Dschungel-Sleim. Ja, einfach hochgehen. Oh. Meine Pfeile sind ausgegangen. Nein. Nein, Piranha, lass mich jetzt schön in Ruhe. Oh, das war knapp. Irgendwann unter was. Müssen wir jetzt schnell runterbuddeln. Ah, falsche Taste. Hä? Wie geht das? Seitlich. Seitlich dran. Ne, seitlich. Erst springen und dann schießen. Springen oder so. Nein, nein, nein. Wow, wow, wow. Ich sollte besser aufpassen. Meine Güte, Scheiß-Sleim geht doch mal von mir weg. Danke. Wir erreichen Kuchen. Kanal säubern. Kanal säubern. Oh, ähm. Mal ein bisschen geschickter hier. Muss da unten ran, aber ohne Wasser. Oh, ne, oder? Und da? Ernst. Und da? Ja, das bringt jetzt. Was machst du da? Ja, da unten ist auch sowieso ein bisschen mehr Platz da, also. Ich hoffe, ich sauch jetzt nicht. Ich helfe dir mal, komm. Ich mach rechts. So. Hups, das ganze Wasser. So, ich kann zwei Stück machen. Ey, jetzt Kupfer. Jetzt Kupfer. So. So. Na, Nico pumpt das Wasser ab. So, was willst du da jetzt machen? Hier? Ja, ich hab, ich hab jetzt, ich hab, hier kann ich nur etwas craften. Äh, da drin sind die Nomads zwei. Ja, ja, aber, ich hab auch, ob es doch, ich hab einen. Die stehen voll unter, die stehen voll unter Wasser. Ja, die sind nachher spät, das ist wichtig. Ah, nicht, nicht. Sonst kommt das ganze Wasser hier rein. Mann, ihr saufen dann hier drin, ne? Ah! Genau das, genau das war gewollt. Das Nico absäufen. Ey, ich muss sowieso, so was, so was laufen. Hä, wie so? Ich hab keinen Bock nach Hause zu laufen. Ja, das kostet ja aber jedes Mal Geld, ne? Öh, ich hab ja, ah, ich hab nur grad 10 Silbercoins hab ich grad dabei. Darauf kann ich, ich kann. Ich hab 83. Boah! Ja Nico! So geht das auch? Er macht das mit Stil, er macht das mit einer Granate. Ja, mit Stil. Wie viel hast du dabei, Nico? Sag dir, Saufe. Guck, 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 guck. was sag ich denn das zweite silber ich hab viel zu viel dabei das ist viel zu schade 380 380 silber ja das ist schon ein lauf geht wer lauf oder 40 dass du 40 silber verlierst ehrlich so viel ja du verlierst aber die hälfte von dein geld alter wieso hast du bock zu laufen auf beides keine lust kein geld verlieren aber auch wiederum keine keine bock zu laufen kuchen ja wie baut man ein bad ein bad aus fünf silke und ein bisschen holz fünf silke ja das habe ich glaube ich so auch zusammen müssen erst mal einen lumen bauen also zum lebstuhl erst mal zusammen krafteln krafteln so ich bin auch aufgegangen auch got to breath erst mal absaufen gehen aber nicht alle gab es ich habe so einlaufen oder das gras der marschuh so dass wir uns erst darauf vorbereiten Nächste Nacht war das lustig. Shift-Click war ganz schlecht. Ich glaub wir kaufen uns erstmal alle Churikens. Mach niemals Shift-Click mit deinem kompletten Geld ganz schnell hintereinander. Geht das? Ja, nein. Oh, Alter. Genau, das hab ich nämlich mal gemacht mit ein paar Gold-Coins. Oh, Nico. Ach so, wolltest du in die Kiste reinlagern oder was? Ja, ich bin das nämlich von Minecraft gewöhnt. Dass ich das mit Shift nenne, hab ich alles kaputt gemacht. Fail. Oh, Nico. Voll geil. Ich glaub ich wüsste mich mal mit ein paar Granaten aus. Wie kosten die denn? Vier Silber nur. Granaten? Kann ich Bomben nehmen? Ja, Bomben. Ne, ich will irgendwas was, wenn's auftrifft, dann gleich Boom macht. Oh, ich komm mal Schurikens. Ich glaub ich komm lieber Schurikens. Was, was Boom macht? Ja, Schurikens macht uns auch. Ne, mach nicht, aber... Die kosten 20 Silber eine. Ne, 20 Kupfer. Klack, 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 klack. Verdammt, mir fehlt noch ein bisschen was für meine Rüstung, oder? Äh... Du wüsste eigentlich bis dahin eigentlich schon mal ein Bett gebaut haben. Warte, das können wir gleich mal machen. Gut. Ich brauch mal schnell einen Loop, wenn ich's hinkriege. Ne, wo erst... Oah... Ja, hier ist ganz viel Cobb-Web. Ja, gib mir das mal. Klopp. Weil ich muss erst mal aus... Ein bisschen Eisen... Ne Kette machen. Muss mir daraus ne... 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 Sawbank... Sawbank-Gedöns machen. Warte... Hä, wieso kann ich das nicht bauen? Ah, jetzt glaub ich zu wenig Holz. Hast du noch ein bisschen Holz? Äh, in der Kiste, glaub ich noch. Wo ist Holz? Wo ist Holz? Holz, 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 Holz. Ja, hier ist noch ganz noch. Hier ist genug drin. Daniel? Ja. Lebst du noch? Ja. Machst du grad an. Am Arbeiten. Da. Oh. Klopp. Ja, genau, so will ich auch grad die Fackeln nennen. So, da. Ich meine Mine. Überlebe ich die Mine? Äh, joa. Wie ich mal sagen. Das heißt? Nein. So, Silk. Oh, ich komme fisch.